Die Wildnis, kooperative Mission Zeugen Giselle oder Giselle Reicht Vater Dorian, selbst schickt mich. Bleibt doch einen Augenblick und hört euch an, was ich zu sagen habe. Justiz hat Thomas Wut auf die Ketzer, die seinen Bruder ermordeten, ist zwar verständlich, wir können es uns aber auf keinen Fall leisten, Unmengen von Rittern für einen Frontalangriff in einen unerforschten Dschungel zu schicken, während die Untoten unaufhaltsam durch Kryta marschieren. Ich werde es auf mich nehmen, den Justizialer von der Kenntnis zu setzen, dass seine Truppen zur Verteidigung von Kryta eingesetzt werden müssen. Was das Ausspüren der Rebellen in der Wildnis betrifft, so überlasse ich das euch. Ihr werdet zwar zahlenmäßig unterliegen, aber die Unsichtbaren werden über euch wachen. Belohnung ist ein Langbogen und ein tödlicher Sittis. Yay! Alles klar, das heißt, wir gehen jetzt auf Rebellenjagd in einem komplett unerforschten Wasserfall. Jawohl! Guten Tag. Ähm, Moskir, nimm mal, nimm mal, nimm mal. Giftdauer, ach, wenn wir jetzt ein Waldläufer wären. Oder wenn wir jetzt ein Nekroman wären. Tja, sind wir aber nicht. Ja, würde ich sagen, betreten wir einfach mal, oder? Oder, nee, wir gucken uns doch mal kurz hier um. Was können wir denn hier sehen? Auf jeden Fall wird es mal wieder richtig satt grün hier. Oh, schöner See mit schöner Wasserfall. Tollen Brücken hier. Seltsamen Geräuschen. Noch mehr komischen Brücken mit komisch leuchtenden Naturzelten oder sowas. Ah ja, na gut. Dann betreten wir mal die Wildnis. Hier bitte. Ambossärisch muss ich eigentlich gehen. Bringt ihr einen Führer der Glänzenden Klinge zur Strecke und rettet die Außerwählten, die sie als Geisel genommen haben. Jagt den fliehenden Angehörigen der Glänzenden Klinge hinterher. Meine Güte. Rettet die Außerwählten und findet heraus, was die Angehörigen der Glänzenden Klinge, äh, wie die Angehörigen der Glänzenden Klinge den Dschungel durchqueren. Wann da los? Da sind weiße Mantelritter. Ah ja. Ich glaub, den Jungs helfen wir mal. Leute, nicht immer den Angriff abbrechen. Nicht so, oh, geht, Natur, wir kommen, was sollen wir jetzt machen? Wir sollten noch mehr erkämpfen. Okay. Haben wir sie verloren? Vielleicht. Wo rennst du hin? Aber einer ist schon tot. Das ist natürlich schlecht. Bucherwurzeln. Aha. Da sind irgendwelche Ranken gewachsen und haben unsere Gruppe ausgespürt. Das ist ja uncool. Das ist ja richtig uncool. Aber wenn wir die Bucherwurzeln töten, kommen jede Menge Skarabin. Und das Tor ist wieder auf. Okay, alles klar. Verstanden. Verstanden. Guck mal. Hallo, ihr Samen, die mittlerweile stärker geworden sind. Süß. Oh nein, sie sind stärker als meine Gruppe. Oh nein. Mönche, die besser heilen können als meine Gruppe. Also, als meine Alesia. Ich glaube fast, ich hätte besser Rayna, unsere Bogenschützin mitnehmen sollen, weil die nämlich auch Feuerscharen machen kann. Ich glaube, das wäre jetzt hier im Dschungel doch sehr, sehr hilfreich. Gut, dass wir wenigstens auf Feuergeld sind. Feuermagie. So sind wenigstens wir noch recht gut gewappnet für den Magoma-Jonger. Gut, die Skarabe... Alter, wann das für eine Skarabeen-Armee hier? Leute, die Skarabeen-Seuche waren in einem anderen Kapitel. Das sind doch nicht alle jetzt hier. Nein, ich möchte euch nicht bei mir haben. Also, bitte. Geht woanders hin. Brems. Boah, habt ihr das gesehen? War das vier oder fünf auf einen Streik? Ach, die sagen einfach sieben auf einen Streik. Und der weiße Mantelritter ist tot. Das ist ein bisschen sehr ungünstig, weil die weißen Ritter uns... Die weißen Ritter, ja. Die weißen Mantelritter uns ja nicht richtig schön durch die Mission begleiten, uns quasi den Weg zeigen. Äh... Ja, ist ja nicht so schlimm, dass ich die Mission das jetzt mal vor vier, fünf Jahren oder so mal gemacht habe. Ich kriege das bestimmt noch irgendwie hin. Ja, das Problem ist doch leider nur, diese Mission, dieser Dschungel ist wirklich das reinste Labyrinth. Aber ich würde sagen, wir sind einfach gut beraten, wenn wir auf diesem Trampelvati bleiben. Lebenskapseln heißen die Jungs jetzt. Ah, Wucherwurzel, das Pussy kennen wir ja. Das heißt, wir schicken unsere Gruppe vor und dann... Äh, komme ich nicht mehr auf das... Abbrechen mit einer anderen Arm. Ist alles wieder auf. Leute, wir wollen bitte erst mal... 65, die nehmen auch ganz gut Schaden, ne? 65, ja. 38 sollst du es machen. Uuuuh, 47. Dieses Moos-Garabänen ist auch anfällig für Feuer. Das ist ja herausragend. Dass wir hier quasi gegen jeden Gegner bisher extra Schaden machen. Ich denke, diese blöden Kapseln wieder kompensieren. So. Wann ist es? Äh, da ist ein Baum der Lebenskraft. Und da geht auch eine Fahrt lang, also gehen wir das mal hin. Wir können immer... ...zusätzliche... ...frei gebrauchen. Wobei nicht, oder Alessia. Boom. Ist tot. Tut mich ja sorry. Ja, und die Sache mit dem... ...Bonus hier... ...wird auch noch eine sehr interessante. Denn wie gesagt, dieser Ort ist... ...das Reizlabyrinth, der Bonus dementsprechend... ...sie ist ja auch gut versteckt. Ob wir hier jetzt noch richtig sind, weiß ich nicht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, ne? ...wird... ...kitlerun. Ah, toll. Dann leuchtet irgendwas hoch. Zwischensequenz. ...die glänzende Klinge. Großer Samen. ...i... 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 Vielen Dank.